So, da sind wir wieder, zurück in Morrowind und ich schaff's wirklich hier gerade offensichtlich, jetzt ist natürlich die Frage mit dem Rendern, aber ich scheine gerade wirklich offensichtlich es zu schaffen, Aufnahmesitzungen aufzunehmen und das freut mich und ich wollte zurück zu Caius Cossades rennen. Ich nehme erstmal ein Nickelchen, ein kleines. Was war das jetzt? Hm, okay. Also, ich werde jetzt zurück zu Caius Cossades rennen. Ich muss mal gucken, ob das, ja, das sieht vom Ausschlag her ganz okay aus. So, und dann soll ich die Dissidentenpriester des Tempels aufsuchen und die verlorenen Prophezeiungen prophezeien. So, auf meinem Weg zurück bin ich natürlich... Go ahead, Outlander, was do you need? Ich hätte eigentlich ganz gern mal jemanden, mit dem ich ein bisschen handeln könnte. Und ich muss mir mal die große Karte angucken. Da geht's nach Margan. Dahin muss ich ja irgendwie kommen. Was war denn das? Was war denn das? Backmoor. Aber hier außen rumgelaufen bin ich doch. Ich bin doch überhaupt nicht gelaufen, oder? Was ist denn da? Das ist eine gute Frage. Na, was bist du? Walvenmarion. Walvenmarion. Okay, das ist der Spaß. Das ist dieses Camp. Ah, das ist diese komische Siedlung. Ich könnte mal gucken, ob das vielleicht eine Siedlung ist, wo ich zurück kann. Weil ich eigentlich nicht sonderlich viel Lust habe, wieder durch die ganze Pampa zu laufen. Also wir gehen erstmal nach Norden, bis wir da beim Wasser sind. Da oben ist schon wieder so ein Klippenschwinger, oder wie die sich nennen. So, und dann versuche ich mal, relativ unbeschadet irgendwo hinzukommen, wo die nächste Siedlung sein könnte. Und ich versuche mal, nicht blinden Fußes, blendendes Auges und was denn das? Ach, das ist einfach nur ein Fels, okay. Ich dachte, es sei jetzt hier irgendwie so ein riesiger Kokon, in den man vielleicht sogar rein kann. Ich denke nicht, dass ich da hingehe. Ich bin gerade nicht so wirklich auf Kampf aus. Ich will eigentlich nur sicher und gesund nach Hause kommen. Und hier ums Eck müsste jetzt eigentlich dieses komische Ding sein. Aber ich fürchte schon wieder fast, dass das auch nur eine Ruine ist. Ich könnte eigentlich versuchen, hier dann... Da komme ich aber wahrscheinlich wieder nicht rüber. Dann sollte ich vielleicht doch nach Margan gehen. In Margan kann ich vielleicht auch den ganzen Schotter verkaufen, den ich in diesen Höhlen mir angeeignet habe. Ich hatte eigentlich fast gehofft, das wäre hier irgendwie sowas wie eine Siedlung. Dass ich dann mit einem Silstrider quasi... Das ist eine Siedlung. Und ich befürchte, ich bin tot. Okay, und wie so zum Geier hat der mich eingegriffen. Und es ist jammer, schade, der hat so coole Sachen dabei. Medium, Gewicht 8. Die kann ich alle gar nicht tragen. Was hat mich eigentlich für Dinge an? Okay. Ich mach mal schnell speichern. Einfach nur für den Fall, dass da oben noch mehr von den Leuten sind. Wovon ich eigentlich ausgehe. Ich dachte nämlich, das sei einfach eine Siedlung. Ne, ganz normale. Aber das sieht mir aus, als ob das irgendwelche... Ähm... Speziellen Leute sind. Okay. Ich wollte eigentlich nur ganz friedlich eine Siedlung aufsuchen und nicht mit irgendwelchen Leuten kämpfen. Das habe ich gut hingekriegt, muss ich sagen. Ähm, warte mal. Gibt es hier nicht irgendwie Topics? V. Okay, dann doch nicht. Genau, es ist Zeit zurückzugehen und Kaios Cousades den ganzen Spaß zu erzählen. Ich finde es trotzdem interessant. Und ich bin leider so total überladen. Ich würde die gerne ausräubern. Und noch geht es mir ja relativ gut. Also ich bin echt beeindruckt, dass ich den Kampffeuer so weggesteckt habe. Das hätte ich nicht von mir erwartet. Also ich hätte ehrlich gesagt gedacht, ich kriege jetzt voll auf die Fresse. Und bin dann hinüber. So, jetzt muss ich bloß wieder noch gesund in das Lager kommen. Dann gehe ich nochmal eine Runde pennen. Und dann muss ich mal schauen, dass ich jetzt wirklich... Ich bin da gerade an einem Nixhauen vorbeigerannt. Da. Da ist mein Lager. Ich habe jetzt keine Lust auf von so einem lächerlichen kleinen Miniviech getötet zu werden. Ganz ehrlich nicht. Nein. Nein. Ja. Wo laufe ich denn eigentlich gerade hin? Weg. Ich brauche einen Heiltrank. Ich brauche einen Heiltrank. Ich brauche einen Heiltrank. Das gibt es doch nicht. Oh, wenigstens, ey. Ey, Samma. Geht's doch. Hier. Schwert. So. Ey, alter. Samma. Jetzt ist aber gut. Hey. So, entschuldigt, bitte. Das war jetzt. Das war jetzt gerade. Jetzt werde ich hier in Sophie und verreckt. Unglaublich. Aber ich bin noch nicht in Sicherheit. Und da drüben schließe ich auch noch einer rum. Wo ist die Lacko Camp? Ich finde es nicht. Da ist es. Da ist es. Oh Gott, Sicherheit. Ey. Zum Kotzen. Kann ich dir helfen? Das ist doch ein Schild, oder? So, ich muss eine Runde pennen. Es tut mir furchtbar leid, aber ich muss jetzt echt eine Runde pennen. Also das war jetzt wirklich gerade... Ähm, ja. Da habe ich alles erreicht, was ich nicht wollte. Gut. So. Aber was ich immer noch will, ist... Jemanden, mit dem ich handeln kann. Hast du etwas, was ich sagen kann, Outlander? Ist es etwas, was ich für dich tun kann? Kann ich dir helfen? So. Charas Jut. Char... Kann ich dir helfen? Ja, 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 ja. Die wiese Frau. Er greift mich jetzt schon wieder an. Hm. Ich würde gern mein Zeug verkaufen, aber irgendwie... Nee, mit dem kann ich auch nicht handeln. Da ist Papier. Sabermund. Kann ich mit dir handeln? Nee. Kann ich mit dem vielleicht handeln? Kann ich mit dem vielleicht handeln? Kann ich mit dem vielleicht handeln? Okay. Hör gleich. So. Sanumu. Heudo. Du trainierst also. Das ist mir aber alles zu teuer. Gerade. Obwohl ich das eigentlich machen sollte, aber gerade ist mir das einfach alles... Ja, also mit dir kann ich handeln. Das ist doch schon mal sehr schön. Handeln wir doch mal. So. Das möchte ich nicht. Äh, ich hab gar nicht geguckt, wie der eigentlich zu mir steht. So. Das möchte ich auch nicht. Ich nehm nur noch magische Dinger. Die Detaile will ich auch nicht. Das ist in Ordnung. Einen Bogen habe ich. Ich hab jetzt allerdings auch einen anderen Bogen, nämlich einen magischen. Da, da, da. So. Hier, bitteschön. So. Nordisch, links, leicht, sechs. Äh, links, leicht. Links.